Hallo und herzlich willkommen zu TheTenants oder der Vermieter oder Hausmeister-Simulator. So in der Art. Oh, wir sind... Wir sind... Ich weiß nicht, wer wir sind. Wir wollen natürlich jung und hip sein. Wir sind einfach der Erste da. Ryu, Mr. Landlord's Name. Also das ist die Free Trial, also die Demo. Weil ich mir das erstmal angucken will, wie der Vermieter-Simulator so ist. Oder halt der Hausmeister-Simulator. Oder beides irgendwie. TheTenants heißt glaube ich auch die Mieter. Ich kann ganz kurz auf mein Handy gucken, weil mein Internet ist immer noch kaputt. Das ist alles noch von derselben Aufnahmesession. Ganz kurz, Moment. Translate. Eine Sekunde. Deutsch. Tenants. Ja, Mieter. Ready to dive in? Click on the Slums district and meet me there. I'll explain more as we go. Slumshaus for post. There you are. Nicely done. I've seen folks get lost in this place before. Anyhow. Check out your cell phone. I've left you a job. I've left a job for you. Better take it before someone else does. I need someone to turn my old trailer into a proper living space. 4.000 Dollar kriegen wir dafür. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Oh. Hmm. Can we come over here? Okay, now onto the real thing. Let's take a look at my old camper autos for you. My friend Pedro used to live in it. And it might look messy. But I bet you'll make it all nice and fancy. Begin cleaning. Oh, er ist es. Hey, nach wie long ist da was? Okay, wir müssen jetzt erstmal hier clean. Das machen wir halt einfach. Können wir das auch clean? Nee. Immer eins da am anderen. Okay, wir laufen auch mit der Maus. 70% Chance, das wieder herzustellen. Ja. Let's go. Nice. 100%. Ui. Profi. Dann clean wir mal das. Können wir nicht mehr die Kamera drehen? Ah, da unten. Rotate. What? Ich muss das Mausrad... Mausrad drücken und dann bewegen. Ach du Scheiße. So, wir gehen hier mal rein. Restore. Alter, Profi, du hast ja alles ganz gekriegt. Yes. Okay, und jetzt renovieren wir das Teil. Willkommen in der Renovation-Mode. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist das Budget, das wir haben. Das können wir ausgeben. Äh... Der Job ist halt in Blut, um es auszutauschen zu verändern. Von deinem eigenen Geld. Oh, wir können das echt alles ausgeben. Nice. Hier ist das Menü. Okay. Finish Floors. Memphis. Green Oak. Na wobei, warte. So. Okay. Dann Walls. Ne, irgendwie sieht das doof aus. Das auch. Hier gibt es kein Badezimmer-Ding. Oder doch das. Grey Checker. Okay. Der Rest... Okay. 83% Floors. Hä? Oh. Ah, oh. Die sagen sogar, was sie wollen. Und er will rote Wände. Oh Gott, ist das hell. Okay, wir nehmen das da. Wie, ich muss das angucken. Ah, die sagen, was sie wollen. Ah, die sagen, was sie wollen. Oh, nee. So, ich will eine Mikrowelle. Ja, weiß mal, wo sie es hinstellen können, oder? Tisch. So. Dann können wir eine Mikrowelle holen. Microwave. Vintage Kitchen. Oder eine normale. Ich darf das Geld, was ich drüber habe, ja wahrscheinlich nicht behalten, oder? Guck da einfach mal das... das gute Zeug hier. Schön, Chef Mike. TV. Warum? Möchte? Oh, man kommt nicht durch. Dann so. So. Dann brauchen wir jetzt noch einen Fernsehertisch, würde ich mal sagen. Living Room. Gibt es irgendwas Cooles? Oder nehmen wir einfach... Marientable? Marientable? Nee. Nee. Z. Okay. Wall-mounted TV. So. Dann jetzt noch ein Toilett und ein Toilettpapier. Hm. Sehr elegant. Modern Toilett. Hallo? Lass mich erst drehen. C. Ich drück C. C, C, C. C, C, C. Achso. Ob man das noch an die Wand machen kann. Nice. Oh nein. Okay, nice. Ah, er will noch DVDs haben. Nein, 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 nein. Ah doch. Delivered. What? What? Hallo? Nein, ich will wieder zurück. Nein. Jetzt machen wir so'n... ...so'n Elektrizitätskasten da rein. Cool. Simple Renovation Jobs unlocked. Ich will zurück zum anderen Job noch. Bitte. Bitte. Nein. Ich wollte noch die DVDs kaufen. Was ist das? Was ist das? Install Heating. Ist das das hier? Ah ja. Oh, das kostet 6000 Dollar. Ist das meins? Moneyball-Kommeligen Jobs unlocked. Moneyball-Kommeligen Jobs unfinished. Basic Preparation to repair to start... Oh, das ist mein Apartment. Ah. Dann nehmen wir doch mal... ...das hier. Und das hier. Okay. Cool. Das Spiel macht ja Bock. So, hier sind wir jetzt. Your Jobs. Was muss ich jetzt machen? Weg, Handy. Weg. Wir sind jetzt bei... ...Ferrystreet. Ja, aber was wollen die von mir? Hallo? Perrystreet. First impression, decor, don't mind preferred furniture. How? Achso, ich muss da... Ich muss da draufklicken. Decor, when performing a revision, you have to focus on different writing catalogs. The reviewer will... Okay. Shower Cabin. Wir haben 1500 Dollar nur. Okay. Das kriegen wir hin. Shower Cabin. Der billige. Echt jetzt? I guess. Oder? Na, wobei wir haben 1500... Wir können... Hier, kriegst du doch ordentlich hier. So, dann noch eine Toilette. Easy Toilette. Und noch ein bisschen Klopapier. Da kriegst du aber nur das billige. So, Teil- oder Laminatböden. Ah, nee. Hier will ich Teil- machen. Wall-Grey oder Brown. Wall-Clock oder... ...Drying-Rock. ...Furniture. Wall-Clock. Wo ist das Zeug? Placing-Items on Desktop is not required but will increase your overall job rating. Wenn ich wüsste, wo das ist. Oh nein. Weg. Weg. Drying-Rock-and-Wall-Clock. Preferred-Item. Ah, Drying-Rock. Oh mein Gott. Die sind blau, Mackey. Ach, meine Asi läuft ein bisschen. Okay, die haben einen blauen Punkt. Was ist das denn? Small Dumbbell. Ah. Da ist ein Clock. Hä? Hallo? Achso, jetzt hat's geklappt. Okay, nice. Deliver Job. Na, dann schau dich mal um. Hm, 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 hm. Ja, na, na, na. Ich bin dumm. Oh mein Gott. Hey, wir haben's geschafft. Cool. Ich lass' das so, ist okay für euch. Okay, danke. Oh mein Gott. Ich hab' vergessen, die Größe nach dem anderen Spiel umzustellen. irgendwie lag'n. Irgendwie lag' das Spiel ein bisschen. Ich glaub', Shadows killt mich. Mann. Okay, was müssen wir hier machen? Oh, hier müssen wir hier machen. Oh, hier müssen wir viel machen. Single Bed. Okay, ich glaub' hier und da zwei Räume. Workout Equipment machen wir hier hin. Und da machen wir... Diamond Boden rein. Hier machen wir schön Carpet rein. Hier machen wir schön Carpet rein. Grey oder Red Walls. Keine Ablenkung vom Training hier. Rote Walls ins Schlafzimmer. Fühl dich, sexy Tom. Furniture. Furniture. Oh, das ist ein Stern. So, wir brauchen... Dresser. Warte, den... Den billigen Dresser, den machen wir mal hier ins Schlafzimmer. So, ein Single Bed. Ein Futon. Small Decoration. Ah, das ist ein Small Decoration. Mirror, Motivational Poster, Trophy und Workout Equipment. Machen wir hier rein. Ein Mirror. Hallo? Willst du mehr Mirrors, oder was? Oder zählt das nicht? Doch, das muss zählen. Vielleicht in beide Räume. Kann ich ihn wieder verkaufen für den zum selben Preis? Okay. So, so ein kleiner Spiegel. Das ist nochmal eine Small Decoration. Machen. Wo ist das? Ein Trophäe. Ah ne, das ist Small Decorations. Okay. Statue, Trophäe. Der will noch mehr Motivational Poster, so what? Gut, einfach wieder in beide Räume. Geh mir das zurück. Okay, einfach in beide Räume. Okay, 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 okay. Workout. Die Dumbbells müssen reichen. Wanda Moon Anime Figur. Wunder Moon Anime Figur. Workout Equipment. Wunder, was? Warum wieder in beide Räume? Bist du dumm? So, und dann noch die Trophäe. Trophäe, wo war die? Ah, das reicht, okay. Nice. Deliver Job. Oh, bist du schnell? Mhm, du magst also diesen Photon. Na, gefällt's dir? Habe ich gut gemacht da. Oh, nice. Man kriegt auch neue Items. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Pferd-da-da-da-da-da-da-da-da. Player Review. What? Wow. Was haben wir hier? Cheap furniture used. Ah, okay. Und hier habe ich die DVDs vergessen, ja. Hmm. Okay, Leute. Eines machen wir, glaube ich, noch. Machen wir einfach mal hier das erste. Oh, Intermediate-Job. Dann machen wir lieber das hier. Wir sind noch nicht Intermediate. Los geht's. Oh, der hat die anime Figur. Oh, shit. Okay, was soll ich hier machen? Left-Tabber-Shower-Cabin. Bathroom-Sink. Ah, hier, der Raum. Ah, hier steht's auch immer. Moment, so. Floors. Was willst du? Teil oder Laminat? Kriegst du das hier. Red oder Gray Walls. Da kriegst du ein Badezimmer. Die hier. Oh, man kann gedrückt halt und ziehen. Nice. Okay. Furniture für ein Badezimmer. Bath-Tab-Villa. Shower-Cabin oder Bath-Tab. Bath-Tab. Kriegst du mal eine schöne Shower-Cabin so in die Ecke rein. Ach, sowas hätte ich auch gern. Bathroom-Sink. Können wir einfach von allem das Teuerste kaufen? Haben wir immer so viel Geld? Ich hab gedacht, wir müssen ein bisschen aufs Budget achten. So, dann Klo machen wir da so hin. Damit man auch direkt lüften kann, nachdem man die Bombe gelegt hat. Toilet Brush will auch noch. Uiuiui. Wall Plant. Hier fragt jemand nach Wallplant, dann kriegt er Wallplant. Nicht, dass sie mich hier wieder rumheulen. Cheap Furniture, Just. Deliver Job. Sorry, dass es ein bisschen laggt, Leute. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich echt die Density ein bisschen runterstellen. Obwohl mein Computer eigentlich echt nicht schlecht ist. Ich brauche nur eine bessere Grafikkarte langsam mal. Aber die sind alle Hausverkauft. Liebster, habe ich gut gemacht. Da hinten die Figur. Die Riesen-Anime-Figur für 2000 Bollass. Das ist ja wohl eine 5. Eine 5 out of 5, oder? Wir haben gerade das gemacht hier, oder? Ne, welches haben wir jetzt gemacht? Ich habe mir vielleicht die Straße merken sollen. Das hier. War das das hier? Badezimmer? Dane Street. Ah ja. Oh, 5 out of 5 in allen. Oh, wir kriegen dann einen Bonus. Nice. Okay, dann gehen wir schnell in unser Appartement noch. Und hauen uns hier unsere Heating rein. Also erstmal Leute, sorry für den Anfang, weil das Video halt ein bisschen falsch aufgenommen war. Aber ich hoffe, es hat trotzdem was gebracht. Begin Cleaning. Ja, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, Leute. Auch mit den Fails. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder in einem anderen Video wieder. Ciao, ciao.